Stimme, Stimme! 3 zu 0 ist das Spiel ausgegangen. Können Sie mir das Spiel in drei Worten beschreiben? Aufstehen, super toll. In der dritten Minute vier Stunden das Tor. Haben Sie so früh damit gerechnet? Ja. Ja? Ja. Gut, das war es schon. Dankeschön. Wir haben die zweite Liga geschafft. Was fällt Ihnen jetzt noch ein? Mir fällt ein, dass nach der letzten Saison, die also unfassbar schlecht war, keiner eigentlich für möglich gehalten hat, dass so eine Trendwende ins Leben gerufen wird, dank eines neuen Trainers, der die Mannschaft so eingestellt hat, dass man wieder Fußball gesehen hat. 3 zu 0 gewonnen, wie in der Hinrunde auch. Haben Sie damit gerechnet? Ich hatte 3 zu 0 getippt. Ich habe einen Freund, der früher Westfalen-Liga gespielt hat, hat 4 zu 0 getippt, aber ich habe gewonnen. Ich habe 3 zu 0 getippt, exactly. Sehr gut. Haben Sie mit einem 3 zu 0 gerechnet oder vielleicht noch ein paar Tore mehr? Nein. Wir haben einen Sieg gerechnet. Und ihr? Wie würdet ihr das Spiel beschreiben? Schön, cool, fantastisch. Also, ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass die gegnerische Mannschaft gar kein Tor bekommt und dass Paderborn so abräumt. 3 zu 0 ist das Spiel ausgegangen. Könnt ihr das Spiel in drei Worten beschreiben? Super. Aufstieg, zweite Liga. Also, ganz am Anfang war das Spiel sehr gut. In der zweiten Halbzeit haben die Paderborn ein bisschen lasch gemacht, weil ich ja schon 3 zu 0 drin hatte. Also, 3 zu 0 gewonnen hatte, haben sie ein bisschen lasch gemacht und so weiter. Und sie wollten auch kein Theater mal mit haben. Wir wollten das ja auch haben. So, fertig. Das erste Tor für die in der dritten Minute. Haben Sie damit gerechnet? Nein. Damit haben wir nicht gerechnet. Aber wir haben uns richtig gefreut darüber. Und wir fanden es ganz, ganz toll. Und wir haben uns so gewünscht, dass es so gekommen ist, wie es jetzt gekommen ist. Super! Dankeschön! Ohne 16 werpt' mir gar nicht hier! Ohne 16 werpt' mir gar nicht hier! Ohne 16 werpt' mir gar nicht hier! UNTERTITELUNG